Wie eine wachsende Metropole jeder sicher und bequem ans Ziel kommen kann, setzen wir auf moderne, urbane Mobilität. U&S-Bahnen, zunehmend emissionsfreie Busse, E-Mobilität und Carsharing-Angebote, ein leistungsfähiges Radwegenetz und auch Platz für privaten Pkw und Wirtschaftsverkehr, das alles gehört zusammen. Deshalb schließen wir nicht nur neue Wohngebiete wie Oberbilwerda, das Elbquartier oder in Zukunft den Grasbrook an das U- und S-Bahn-System an und verbessern die S-Bahn-Anbindung ins Umland. Wir nehmen die neue U5 in Angriff, die von Bramfeld zum Hauptbahnhof und weiter über den Siemersplatz führen soll. Die U5 wird zehntausende Bürgerinnen und Bürger erstmalig direkt Zugang zum U- und S-Bahn-System geben. Die U5 wird zehntausende Bürgerinnen und Bürger zum U- und S-Bahn-System geben.